Hallo, ich bin Paolo, ich bin ein Englischlehrer und ich liebe Deutschsprache. Ich glaube, dass Deutsch nicht die einfach Sprache zu sprechen oder zu lernen, aber für mich ist es sehr interessant, besser zu verstehen, besser zu sprechen und zu praktizieren. Ich bin froh, dass meine Nacht Deutschlands Reise zu meiner Freundin zu treffen und etc. Es gibt zwei oder drei Tage, dass ich den Deutsch-Duo-Lingau-Kurs Ende habe. Endlich nach vielleicht 100 Tagen. Ich liebe deutsche Musik, Deutsch-Cinema, aber ich liebe die alte Deutsch-Cinema, zum Beispiel Murnau oder Dinge-Out-Sachen. Ich finde, dass die neuen deutschen Filme nicht sehr gut sind. Aber ich bin Brasilianisch und ich weiß, dass die deutsche Bundesliga sehr, sehr gut ist. Ich habe zu viele Freunde, die hier in meinem Haus bleiben, für die Weltmeisterschaft des Spielen mit Brasil. Und ich finde das sehr interessant, sehr gut. Es war eine sehr gute Opportunität für mich, zu Deutsch lernen und praktizieren. Und das ist alles. Vielen Dank und Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.